Also nicht auf Granit beißen, sondern regionale Spezialitäten am Berg verkosten. Wie das ausschaut? Wir werfen einen Blick in die Küche der Litzumer Hütte. Heute mache ich für euch Tiroler Knödel, unsere speziellen Spinatknödel, die es hier nur bei uns auf der Hütte gibt. Der Käse kommt aus der Litzum, die Wurst und der Speck vom Wattenberg. Näher geht's nicht.